Ja, dann fangen wir jetzt an, oder was? Ja, richtig, bei mir geht's los. Ich bin dabei. So, Jan, was ist die Tat für heute? Oh Gott! Oh Gott. Oh Gott, was sagst du? So, die Tat für heute ist... Afer töten. Die frei rumlaufen. Alte Lager drüben leer räumen. Hab ich das denn schon gemacht? Ach nee, das ist ja... Nee, 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 stimmt, ich hab meine Kisten ausgeräumt. War das hier alles gewesen, ja, ne? Ja. Und das sind grad Diamantenblöcke. Nee, Eis. Alter, mit dem Texturenpack sieht das aus wie Diamantenblöcke. Jan, es reicht ja zwei Stacks Diamantenblöcke. Ja, nett. Läuft. Wir können aber mal aus dem Eis ein Iglu bauen. Irgendwohin. Ja, ein Schneebiom. Ansonsten würdest du Wasser. Ach so, stimmt. Da müssen wir uns ein Schneebiom machen. Wir tun einfach dort einen Schneemann hin und der macht einen Schneebiom draus. Ein Schneemann machen. Sag mal, habt ihr noch Dreck? Ähm... Warte mal, ich muss grad mit den neuen Symbolen hier klarkommen, irgendwie. Hallo. Haben wir schon irgendwo Ziegel, Jan? Ich habe... Keine Ahnung, aber ich glaube, ja. Meinst du? Ich seh ja nämlich nix. Müssen wir haben. Na, ich hab die ja alle in der Hand jetzt, deswegen. Ich glaub, wir haben keine. Dann kann es sein, dass wir keine haben. Dann packt die mal da hin, genau. Ich mach einfach mal alles jetzt da rein, was mit Ziegeln zu tun hat. Oder, beziehungsweise mit Lehm. Huch, das nicht. So. Okidoki. Dann... Ist das nicht schön. Alter. Das, das, das... Das... Nee, stopp. Das nicht. Das kommt da unten rein. Ähm, ach nee, stopp. Eisen war hier. Rüstung? Waffen? Waffen. Wo haben wir... Ach, hier drüben. Da hat man schon zu wenig Erde und da muss der Creeper einem noch alles wegbomben. Normal. Verrottetes Fleisch. Also ich muss mich mal... Erstmal übel dran gewöhnen, wie das aussieht mit dem... Mit dem Texturenpack hier. Ist ja richtig ekelhaft. Verrottetes Fleisch sieht aus wie... Steak. Ja, das hab ich schon. Ja, das hab ich schon gefunden. Mh, lecker Steak. Om, om, om. Achso, nee, stopp. Was wollte ich sagen? Hier, Sandstein. Gemeißelter Sandstein. Ah, es sieht total komisch aus, der gemeißelte Sandstein hier. Wo kommt ein Eis hin? Du musst so ne Kiste für aufmachen. Wollen wir echt ne Kiste für aufmachen? Wir können ja mal so ne Random Kiste machen, irgendwie mit allmöglichen Scheiß drin. Ja. Warte mal. Die tue ich mal unter die Rüstung, okay? Mhm. Weil ich mein, so viel Eis werden wir doch nicht haben, oder? Och. Okay, also schon. Ich hab ne Eiskiste aufgemacht. So, Wolle, Wolle, Wolle. Wo hab ich Wolle hingetan? Wie wichtiger, wo hast du Grünzeug hingetan? Hier drüben, da. Wo? Ach, da oben. Da. So, Wolle. Wolle hab ich bei den Färbemitteln mit reingetan, erstmal. Ja. Oh Gott, hier ist so ne hässliche Steinkiste. Die gefällt mir gar nicht, da ist viel zu viel drin. Was sagst du denn dann? Hier, du tust dir dann aber schon mit deinen Inventory-Dingsbums da hier das alles ein bisschen sortieren in den Kisten, oder? Na klar. Gut. Ich hab'n Diamant gefunden. In der Kiste? Ja, mein Inventar ist nur leider voll. So. Mal ganz in Kisten plündern. Ähm, da ist dann hier unten, das. Das, ähm, hier, ähm, bemoste Pflastersteine tue ich ganz normal mit in die Pflastersteinkiste, ne? Ja. So. Erde, Erde, da. Ne, das ist Kies. Haben wir ne Kiestruhe schon? Ne. Doch. Ne. Ich glaub' nicht, ne? Richtig? Nö. Ich hab' nur hier ne Erdemkiste. Dann muss ich jetzt... Warum zur Hölle haben wir eine Blume? Hä? Wie, was, wo? Blumen sind verrichtigt. In, Inventar gehabt hier gerade. Tja, das hab' ich, keine Ahnung. Wer weiß, was du damit vorhattest. Ich bin eine Bien. Ich bin eine Bien. Huch. So war das nicht gemeint. Wie er so ne Kohlefarm hier gefunden hat. Ach man, ich krieg' das hier nicht hin. Warum denn nicht? Jetzt. Ich hab' mal ne Kieskiste gemacht. Jetzt hab' ich noch Eisen. Das Maragd, das Maragd haben ja so viele, ne? Wahnsinn. Mhm. Wo möchtest denn du gerne, äh, Leder einsortieren? Ähm. Ähm. Wollen wir das mit hier bei den Vätern reinmachen? Ja. Weil Vätern haben ja eh nicht so viele. Warte mal, Pfeile, Pfeile, Pfeile. Komm, hier mit bei dem Rüstung, äh, bei den Waffen mit rein, oder? Nee. Nee, Pfeile sind bei den, äh, eine Kiste weiter rechts. Mitte oben. Ach ja, jo. So, was hab' ich jetzt noch? Erde. Erde haben wir nur eine Kiste und die ist nicht mal, nicht mal halb voll. Was ist denn da kaputt? Ich weiß nicht, ich war halt noch nicht los. Nee, nee, nee. So, jetzt kommt erst mal eine Futterkiste. Was wollen wir dann eigentlich jetzt hier machen in dem Haus, also? Da unten? Ja. Bin ich noch am überlegen, ob wir das da unten nicht einfach zumachen. Eine Folterkammer draus machen, würd ich sagen. Ja, oder wir können da, äh, Koch einsperren, das geht natürlich auch. Also eine Folterkammer wär doch was, oder? Hat bestimmt noch keiner gemacht. Kochs Gefängnis. Nee, ich bin mein eigenes Gefängnis. Boah. So, Kisten sind alle leer, Jan. Das ist super. Ja, Waves, du kommst zu spät. Hier ist nichts mehr zu holen. Ich wollte gucken, ob die Towertree funktioniert. Ja, ja. Ich komm nicht durch die Tür. Was ist da kaputt? Hä? Toll. Ich pack dich voll rum. Oder die Tür? Na, das geht nicht. Guck. Ja, toll. Jan kommt und die Tür geht auf. Super. Na klar. So unfair, ey. Da hast du erst eine Hundehütte gebaut. Mach das nicht kaputt. Jan. Nicht alles zunichte machen. Gumm nicht. So, ein Diamant haben wir. Wir sind reich. Ja, noch. So, wir haben jetzt hier netter, 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 netter. Gott, ist das langweilig, hier Dreck zu farmen. Irgendwo hatte ich doch schon. Habe ich denn hier gerade in die Robben reingepackt? Da. Hört da raus. Glowstone. Glowstone. Boah, ich habe in der Pyramide gratis Goldblöcke gefunden. Ey. Erstmal mitnehmen. Und gratis Glowstone-Blöcke. Ich sag dir, ne? Hier wo Hunger. Es gibt Tote, wenn da was fehlt. Ich hätte da echt... Boah, ohne Scheiß, ne? Ich muss mal das machen, was der eine Abonnent zu mir meint hat. Das muss ich mal machen. Das hat ich euch aber nicht verraten. So. Erstmal einfach die Videos gucken und die Kommentare anschauen. Ich würde es gerade sagen. Ich werde es mir die Kommentare durchlesen. So. Ich habe nämlich voll die gemeinen Abonnenten. Wo soll ich denn die Schilder hin tun? Auch mit in die Holzküste erstmal? Oh, diese Krankenwagen, ne? Untere Holzküste. Ja, bei denen, bei denen, wo die Türe ist. Huch. So. Alles klar. Gut. Ich rauch'n fertig. Echt? Jo. Lass' mir doch was angestellt. Ich bin fertig und ich brauch' was zu mambeln, sonst würden wir uns hier noch... Dann nehmen wir mal das hier. So. Gut. So, also ich würde nämlich vorschlagen, dass wir die ganze Geschichte hier... Nee, zumachen ist ja blöd. Nee, dann machen wir doch irgendwas. Jan, guck. Ja. Oh, jetzt... Mann! Das war so der typische Vorfieh-Effekt, ne? Die ganze Zeit ging's nicht und... Frechheit. Frechheit. So, aber warte mal. Ich schäu' mir jetzt mal eine Axt und dann mach' ich mal die ganzen Kisten weg. Ist doch okay, oder? Ja, ja. Mach' mal. So, wo haben wir... Wir haben keine Axt doch hier. Axt, Axt. Also irgendwie find ich das Hannibal-Texturenpark nicht so cool, um ehrlich zu sein. Boah. Gewüdungssache. Das... Ja. Ich find das halt so dunkel irgendwie. Okay, dann fang' ich von der Seite an. Ja, na, keine Ahnung. Das Ziegel gedöhnt und... Alles, das sieht irgendwie, weiß ich nicht, komisch aus. Warum ist das andere? Ja, weil ich das nicht habe. Ich hab' da grad eben das erst auf... Kann ich dir schicken? Nein. Ich hab' das ja eben erst auf 1.5.2 gemacht. Boah, weißt du, was wir machen können, Jan? Wir können einfach jetzt hier überall ein Feuer reinmachen. Das sieht bestimmt auch cool aus. Wie so eine Riesenhalle. Ja, ringsum, meinst du? Ja. Und dann irgendwas so ein... Hm? Da Lava reinzukäppen. Lava? Nee, das sieht doch doof aus. Ja, aber wir brauchen einen Mülleimer ganz dringend. Ja, wir können ja, wir können ja, guck mal, hier an die Ecke hier da Mülleimer machen und, äh, überall... Warte mal, ich mach das jetzt mal. Ich lass jetzt mal meine Kreativität hier auf reinlaufen. Ich geh mal los, äh, Dias Farm und bring gleich, äh, Dingens mit hier, Lava. Aua, aua, sag mal, Huggits, ich will keine Haustiere haben. Tja, ich auch nicht. Wer hat sie denn reingeholt? Ja, ich nicht. Das sagt man dann immer. Wo haben wir denn Feuerzeug? Haben wir sowas überhaupt schon? Nee, ne? Nee. Willst keine Haustiere haben? Darf ich deinen Hund töten? Der ist doch schon tot. Den hab ich doch letztes Mal schon umgebracht. Nein, ich hab noch einen, der bleibt noch am Leben, Freunde. Du hast noch einen? Oh, die Töne, mach ich zu Brei, ey. Neben deinem Haus, Jan, ist eine große Hundehütte. Das hat mir noch gar nicht aufgefallen. Ich warte schon auf dich. Mädels, wie baut man denn nochmal ein Feuerzeug? Mit Eisen und Flint. Ja. Und wie? Diagonal. In die linke unterste Ecke? Weiß ich nicht mehr, musst du ausprobieren. Eisen, glaube ich. Auf jeden Fall diagonal. Ah, jetzt hab ich's, ja, links oben das Eisen und dann geht's. Ich schau hier voll viele Spinnen. Lass mal deinen Hund töten. Waves. Die ist Hundehütte. Bringt ja noch auf dumme Gedanken, ne? Ach, ich derb, hab die Waypoints nicht übernommen. Muuuuh. Ach ja, ich steh's grad. Scheiße, ich steh's grad, Jo. Ach nein. Ganz schöne Waypoints weg, ne? Dein Hund sieht gelangweig aus. Das ist eine Hundehütte. Lasst ja die Hundehütte in Ruhe, ich sag's euch. Die hätte man schon, also... Sonst gibt's Dote. Das ist doch bloß provisorisch gewesen. Das will ich doch noch anders machen. Ja, mach. Ey, mein Hund, den hör ich auf einmal knurren. Was habt ihr gemacht? Ich bin dran vorbeigegangen, es tut mir leid. Ah, okay, da dran liegt's. Ne, ohne Scheiß, ja. Ich war die ganze Zeit hier unten und ich hab nix knurren gehört. Und jetzt knurrt er. Ne, ne, ne. Du hast recht, Jan, da kommt noch einer. Mensch, Mensch, Mensch. Das ist kein Rettungswagen. Oh, ne, warte. Klingt aber nach einem. Hm. Okay, der fährt auch nicht nach Wandsbek. Oh, nein, hier brennt alles. Scheiße. Scheiße. Der fälschte Hulsenhaus anzünden. Kacke. Oh, nein, 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 nein. Ja, das... Aua, 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 pfui. Nein, nein, nein. Du brennst jetzt nicht gerade wirklich unser Haus ab, oder? Doch. Hey, du guckst nicht. Du hast gar nix gesehen. Guck mal. Alles wieder gut. Das Shrugtang's Breakdance auf dem Zaun. Das ist so eine Lebensbereicherung, ey. Was? Breakdance-ende Schweine auf Zäunen zu sehen. Geh weg, Jan, ich hab gar nix gemacht. Hier ist nix passiert. Hab dir mal ein Wassereimer da gelassen. Danke. Wer weiß auch was für Ideen du noch kommst. Echt, nachher fackelt die alles ab. Oh, Scheiße. Sag mal, der, äh, netter, netter Stein, normalerweise, äh, bleibt der doch, oder verbrennt der auch? Ne, netter Stein. Warte mal, was war denn das gewesen, was Ewigkeiten brennen kann? Das Zeug, wo du im Nether draufläufst. Das ist aber kein Nether Stein, meine ich. Ja, ich glaub, das ist Nether Dust, ne? Hm, wartet mal. Weil das Nether Stein ist nämlich auch weggegangen. Obsidian. Nether Ziegel. Ja. Was?